guten abend wo bin ich natürlich noch im training ich wollte euch zeigen dass was ich mache nur zu 70 prozent gefotoshopt ist deshalb habe ich gedacht mache ich heute mal ein live video ich habe nicht so viel zeit ich muss gleich wieder los aber ich wollte kurz was ausprobieren und zwar übe ich heute wandsalto das heißt ich renne die wand hoch und mache ein rückwärtsalto klingt gefährlich ist es auch was ich sagen wollte ist ihr braucht euch keine sorgen machen ich sterbe wahrscheinlich nicht beim salto versuch sondern eher weil die mütze so arg auf mein gehirn drückt dass ich keine luft mehr bekommen falls ihr euch fragt warum ich die mütze auf habe ist halt cool und außerdem weil ich es mir wert bin okay jetzt muss ich mal schauen weil ich hab ich soll die ab die frontkamera an jetzt muss ich mal gucken wie ich schaffe dass wir das um ändern ich meine wir können zum mond fliegen da wird das ja wohl möglich sein dann suche ich euch einen guten platz und macht musik an musik mache ich jetzt gleich an dann müsst ihr mein blödes gebrabbel nicht mehr hören falls ihr fragt was läuft es läuft state champs kennt ihr vielleicht vielleicht auch nicht ist auf jeden fall sehr gut ok jetzt muss ich gucken wie wir das umändern oh es hat geklappt sehr schön jetzt hole ich euch einen platz sieht schon gut aus sehr schön also wie gesagt ich weiß genau was ich tue wurde mich bei der bräuchte aus kann man mit der ich bin w ist nie ich bin ich bin , ich bin auch ich bin ich bin aber ich kann du ich bin ich bin du ich bin ich bin Und die Frisur sitzt so ziemlich. Gut, wir machen noch einen, den machen wir zusammen. Die Notausgänge befinden sich links und rechts, ja runter kommen wir sowieso. Okay, mach ich das mit der Frontkamera? Ja. Es sieht lustiger aus, wenn ich das Gesicht sehe, das ich mache, wenn ich ein Saldo mache. Das macht Spaß. Okay, ich übe schon recht lange an einer Sache, das will ich euch nicht vorstellen. Ich drehe die Kamera wieder. Wenn es geht. Jawohl. Okay, also ich mache das ja schon relativ lange. Aber das ist so ziemlich der schwerste Sprung, den ich drauf habe. Das nennt sich der Delphi. Okay, das ist wirklich schwierig. Okay. 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 Noch einmal. Wie gesagt. Es ist schwerer, als wie es ausschaut. Ich fühle mich nicht gut. Nochmal. Elfie! Ah, Tata! Boah, es geht alt. Aber einfach... Oh! Der klappt nie beim ersten Mal. Oder selten. Aber... Die Mütze hat gehalten. Okay Leute, ich muss jetzt los. Aber es hat mich sehr gefreut, dass ganze 24 Leute keine Freunde haben und Samstagabend zu Hause sitzen und mir zuzuschauen. Schenkt euch. Licht. Okay, dann schönen Abend noch. Passt auf euch auf. Schönes Wochenende. Und falls ihr den Delfin macht, bitte mit Schwimmweste. Gute Nacht. Äh, ja. Wie geht das aus? Ah.